Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich stehe hier gerade im Winterdorf und nehme mir jetzt eins dieser coolen Tiere mal mit. Denn die Liebstergarten kam auf die Idee, einfach mal mit so einem Tier ein Championat zu reiten. Und das will ich jetzt auch versuchen, vor allem mit so einem lustigen Gerät, ob das überhaupt gut geht. Wir werden es dann halt sehen, wenn es soweit ist. Das ist übrigens das Pony-Championat. Ich hoffe, es funktioniert. Es wäre halt einfach so lustig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausgehen wird. Also, ich meine, es ist ja schon komisch mit einem Hirsch, weil der die ganze Zeit umherhüpft zu springen. Ja, das Reh auch. Aber dich gut, der macht besser. Ups. Oh, oh, ich habe Angst. Es wird perfekt einfach. Oh, ich glaube, das wird total kacke. Also, entweder wird es super toll oder es wird super schlecht. Ich glaube, eher super schlecht. Oh, finde ich. Ich würde es vor allem witzig finden, wenn man sehen könnte, ob andere halt so... Ja, leider nicht. Also, du stehst halt auf dem Konne bei mir. Ja, ja, ich weiß, du auch. Scheiße. Du weißt ja, halt cool, wenn man es sehen würde. Dann denken die sich so, hey, was machen die denn jetzt hier? Ja. Ist die dumm? Oh. Das macht voll die komischen Geräusche die ganze Zeit. Ach, lass doch mal Reh. Teilweise diese Pferdgeräusche so schnauben und dann immer das Reh zwischendurch. So, das macht zöch. Süß. Nee. Das sind einfach so zwei Gestalten in einem Tier. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt gut geht, wenn das Reh. Ja, ja, ich habe einen Hirsch, aber okay. Oh, oh, du Scheiße. Ja. Oh. Ganz. Oh mein Gott, Mensch, aber bis jetzt. Oh Gott, habe ich den ersten Sprung. Oh, ich komme nicht. Hey, ich habe jetzt schon den dritten Sprung gemacht, weil ich die Abkürzung genommen habe. Ja, ich nicht. Ja. Egal. Oh, du bist ja trotzdem Zweite. Ich war mir bloß nicht sicher, ob ich da über das Hindernis komme, deswegen. Das ist wirklich total komisch. Ich habe hier kein Gefühl, ohne Scheiß. Ich habe trotzdem noch keinen Sprung gefehlt. Auch nicht, das ist witzig, auf jeden Fall. Oh Gott. Das ist noch eine neue Challenge. Ich muss ein bisschen um die Ecke besser kommen. Aber ich denke, das sollte möglich sein. Das klingt auf jeden Fall schon sehr gut, auf jeden Fall. Nein, noch bin ich Zweiter. Oh Gott. Oh, Bagger. Oh, du Dose. Scheiße. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Ich konnte ihn umgehen. Oh, krass. Kurzzeitig überholt. Oh mein Gott. Was? Hey, hau mal ab da. Oh Gott. Yo. Oha, voll krass. Was zum Fick war das denn? Ich weiß es nicht. Krass. Das kann ich dir nicht sagen. Also anmoderiert hatte ich auf jeden Fall schon. Nee, ich habe das auch gedacht. Das sah schon so buggy aus. Ganz kurz. So wie, ah, das war toll. Weil ich mache meistens den Fehler, dass ich zu sehr so ranreite und da nicht rüberkomme. Also ich kriege das so besser hin, habe ich schon festgestellt, sonst fähle ich immer irgendwie. Krass. Ich würde sagen. Club Sieg schon wieder. Das ist ja, solange wie es noch geht, müssen wir das tun. Ja, da bin ich voll dabei. Krass'n Sache. Lass mal Schleifi abholen. Oh. Das ist lustig. Kann mir das nicht erklären. Nee, ich auch nicht. Aber ist auf jeden Fall cool. Der haut ab. Der sieht so dumm aus. Wheeeee. Wer haut ab? Die Helene. Achso. Das nächste Mal nehme ich den Bär. Oh Gott, oh Gott. Das sieht recht chronisch aus. Egal. Oh Mann, stimmt. Man sieht ja jetzt den Schlepp hier gar nicht. Was ist denn das nächste Chimplant überhaupt? Silverglade? Du Scheiße. Na, da hau ich ja richtig rein. Also ich seh mich da. Du kannst diese Ausrüstung nicht ändern. Ja, schade. Wen wundert's? Hm. Ja, mich. Hm. Also ich fand's ja ganz frech, dass du mich einfach überholt hast. Kurz zum Ende. Also das ist... Nee. Tja, also... Nicht gut. Ich mein, in den normalen Champs hab ich ja schon keine Chance. Ich mein, wenigstens wenn wir beide einen Conner haben, dann sollte das mal hinhauen. Achso. Ja. Weil der... Nee. Oh Gott, das ist so merkwürdig. Ich mein, das ist zwar nur der... der langsame Galopp, ne? Aber dass das schon anfängt dann zu springen. Ja. Das Tierchen. Das ist ja schon komisch. Ich find's lustig. Sieht halt aber auch einfach nur affig aus. Aber es ist total cool. Machen wir denn noch eins? Joa. Ja gut, mal gucken, ob ich das aufnehme. Aber falls nicht, habt ihr das jetzt gesehen? Könnt's auch ausprobieren. Oder ihr lasst es halt bleiben. Aber es ist auf jeden Fall mega cool. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.